Heute stelle ich euch den Apache Service Mix vor. Eigentlich wollte ich zuerst den J-Boost Fuse vorstellen, aber ich habe das nochmal rumgedreht, da der J-Boost Fuse sehr stark auf dem Service Mix aufbaut. Ich würde daher die Folge zum Service Mix auch so mal anschauen, auch wenn er euch für ein Talent oder für ein Fuse interessiert, da die einiges, sag ich mal, gemeinsam haben und auch auf gemeinsame Teile aufbauen. Ja, die Folge unterscheidet sich auch nochmal grundsätzlich von den anderen. In den anderen geht es auch ganz stark darum, wie programmiere ich damit. Beim Service Mix können wir sagen, wir können einfach so programmieren, fast genauso, wie wir das in der Camel-Folge gesehen haben. Deswegen konzentrieren wir uns in dieser Folge ein bisschen mehr auf die Deployment-Features. Ja, was erwartet uns alles? Wir werden uns den Service Mix mal anschauen. Wir werden schauen, wie wir in den Service Mix eine Integrationsanwendung deployen können, wie wir die monitoren können, wie wir sie aufrufen können, wie wir Performance-Daten rauskriegen und so die ganz besonderen Dinge zum Service Mix. Das werden wir uns anschauen. Beginnen tun wir hier auf der Webseite vom Service Mix und da sehen wir auch schon, was der Service Mix ist. Der Service Mix ist ein Open-Source-Integration-Container. Also das steht jetzt hier als erstes schon mal da. Also er ist eine Laufzeitumgebung für Integrationsanwendungen. Und wir sehen hier unten auch nochmal einen zentralen Satz. Er bietet uns schon ein kompletter Enterprise-Ready, also ein unternehmens-tauglicher Enterprise-Service-Bus. Und das Ganze basiert auf OSGI. Starten wir doch gleich mal den Service Mix. Ich bin hier auf der Konsole, ich habe den Service Mix einfach nur heruntergeladen und installiert. Und jetzt kann ich mit bin Service Mix, kann ich ihn starten. Er fährt jetzt hoch. Das dauert ein kurzer Augenblick, geht aber an sich recht schnell. Und es werden hier, ja, es kommen alte Erinnerungen auf, wie früher am Rechenzentrum zur Studiezeiten. Also ich sehe hier so ein bisschen eine Glotzchen-Grafik und habe eine Konsole. Das mag auf den ersten Blick vielleicht abschrecken, bleibt aber dran. Ich zeige euch noch, dass es da auch grafische Konsolen dafür gibt und dass es wesentlich komfortabler geht. Allerdings, nichts ist mächtiger als hier so eine Kommandozeile. Und auf dieser Kommandozeile gibt es jetzt unzählige Befehle. Also wenn ich jetzt Tab-Tab mache, sieht man, es gibt hier insgesamt 308 Befehle. Und ihr könnt mit einem einfacher Befehl weitere Befehlsgruppen nachinstallieren für das, was er gerade macht. Ihr braucht aber nicht alle Befehle, also er kommt mit weniger, viel weniger aus. Und diese Befehle sind auch immer gebündelt. Vielleicht gucken wir sie uns doch trotzdem mal an. Ihr seht öfter hier, Camel, Doppelpunkt, dass die immer Namespace stehen. Und ihr könnt dann in diesem Namespace euch diese Funktionen aufrufen, wie zum Beispiel hier Feature, Doppelpunkt. Und diese Konsole und auch dieses Feature-Konzept, das ist alles aus dem Apache-Karaf-Projekt. Auf diesem Karaf setzt auch der Talent auf und natürlich der JBoss-Fuse. Und ja, wir schauen uns jetzt, wie gesagt, diese Feature-Gruppe an. Und bei dieser Feature-Gruppe, da kann ich jetzt die Funktionalitäten mal anschauen, die bereits installiert sind mit Feature-List. Und da dann eine ganze Menge kommt, mache ich nochmal ein More dahinter, also wie wir das kennen von der Unix-Kommandozeile, damit wir hier einfach blättern können. Jetzt schauen wir hier oben mal an, was Verspalten wir haben. Wir haben also diese einzelnen Features, die sind entweder installiert oder nicht installiert, haben eine Versionsnummer, einen Namen, wie hier zum Beispiel der Tomcat, der hier dabei ist, oder Unterstützung für die Tomcat-Engine. Und wir sehen, aus welchem Repository er die bezieht, dazu zu den Repositories später noch mehr, und die Description. Und da haben wir jetzt einige Funktionalitäten, die uns besonders für die Integration interessiert, auch für unser Projekt. Zum einen den ActiveMQ, den wir hier dabei sehen werden, also hier zum Beispiel ActiveMQ, Camel. Ja, und Spring ist auch noch dabei. Das sind sie so, hauptsächlich, was wir brauchen, nochmal einige Camel-Module. Es gibt jetzt auch noch eine Web-Konsole, mit der man einige Dinge, die wir hier jetzt gesehen haben, auch ausführen kann. Das ist hier die System-Konsole. Und hier kann ich mir jetzt dann auch die Features anzeigen lassen und kann die installieren, deinstallieren und so weiter. Aber wer so richtig OSGI macht, der nimmt nicht die Web-Konsole. Daher machen wir die auch gleich wieder zu und schauen uns jetzt mal an, wo denn so eigentlich die Unterschiede beim Entwickeln liege. Ich bin jetzt hier in unserem Vacation-Projekt. Ich habe eigentlich das Camel-Projekt einfach nur kopiert und habe ein Vacation-OSGI-Projekt anklickt. Das Projekt findet ihr wieder auf GitHub. Der Link steht unten im Beschreibungstext. Und von diesem Projekt möchte man uns als fast einziges eigentlich den POM angucken, den Maven-POM, mit dem das Projekt gebaut wird. Und interessant sind da drin wieder die Abhängigkeiten, dass wir für unser Projekt Camel benötigen, Camel-Core, Camel-Spring, XML-JSON. Wir haben ein paar Bibliotheken fürs Logging und für den ActiveMQ. Das war es eigentlich. Und jetzt kommt das Besondere für den Service-Mix oder für OSGI. Ich habe jetzt hier zusätzlich ein Plugin konfiguriert und zwar das Maven-Bundle-Plugin. Und das erzeugt mir ein OSGI-Bundle. Bundle ist bei OSGI das Buzzword, das Bullshit-Bingo für ein installierbares Modul. Das ist im Prinzip ein Jar mit einigen Meta-Informationen. Und ja, es war immer ein bisschen schwer, diese Informationen zusammenzuschreiben. Aber das Maven-Bundle-Plugin kann man das automatisch erstellen. Und ich führe das jetzt mal aus. Run as Maven install. Und dann sehen wir hier unten, bau da mal das Ganze zusammen. Und jetzt sollte ich hier im Target-Verzeichnis, wenn ich aktualisiere, genau Vacation OSGI drin haben. Und ich gucke mal auf die Informationen und ich sehe, das ist recht kompakt, nur 6 Kilobyte groß. Also da sind die Bibliotheken nicht dabei, sondern nur die Informationen, welche Bibliotheken benötigt werden. Aber die Installationseinheit ist unheimlich klein und kompakt. Also das sollte man auch im Kopf behalten, wenn man das Ganze mit Docker oder ähnlichen Microservices-Lösungen vergleicht, dass ich hier nur ein paar Kilobyte habe pro Integrationslösung, die ich dann so deployen kann. Ja, und dieses Vacation OSGI, das möchte ich jetzt installieren. Aber zunächst mal schauen wir uns mal an, wo das hingegangen ist durch unser Maven-Install. Er zeigt mir das Ganze auch an. Installing hier Target Vacation OSGI-Char to Thomas.m2-Repository und so weiter. Und da legt er mal das jetzt ab in meinem M2, in meinem Maven-Cache drin. Und von dort aus können wir das installieren, ohne was zu kopieren. Also ich gehe jetzt direkt rein in den Service-Max. Also ich bin jetzt nicht auf der Kommandozeile, sondern im Service-Max. Und ich kann jetzt hier einfach mal List eingeben und sehe jetzt hier, aha, was er so alles momentan an Bundles installiert hat. Und da möchte ich jetzt meine Vacation-Route hinzufügen. Da schreibe ich hier unten jetzt, ich könnte File schreiben, ich könnte HTTP schreiben oder direkt aus dem Maven-Repository, aus dem Lokale, aus dem Cache.mvn.de So, und dann installiert er mal das außenlokale Cache mit der Bundle-ID 236. Und wenn ich jetzt List mache, dann sehe ich, aha, die 236 ist installiert. Und jetzt können wir die auch noch starten. Dann sage ich Start 236 List und wunderbar, das hat funktioniert. Wer das so nachmacht, der sollte noch eine Sache bedenken. Wir schreiben das auch in die Readme rein, zum OSGI-Projekt. Wir haben noch zwei Zeilen aufgerufen und mit den zwei Zeilen haben wir noch Komponenten. Camel-Jetty war es, glaube ich, und auf jeden Fall Camel-Json, XML-Json nachinstalliert. So, dass diese Module auch verfügbar sind, diese Dependencies. So, jetzt können wir mal schauen, ob hier wirklich eine Route läuft. Und zwar über die Befehle im Camel-Namespace. Und da kann ich jetzt einfach mal eine Route-List eingeben und sehe, aha, es gibt eine Camel-Context-Vocation mit einer Route, Beach or Ski und die ist gestartet. Ja, wenn die gestartet ist, dann kann ich doch das gleich mal ausprobieren. Ja, dazu bin ich hier wieder am Postman und schicke hier wieder an diese Adresse ein kleines JSON-Dokument per Post. Ich klicke auf Send und bekomme hier die Nachricht, you go skiing. Also, das hat funktioniert. Ich gehe noch mal ein zweites Mal skiing, damit wir ein bisschen Statistik-Date kriegen. Und jetzt will ich auch noch mal die Sonne, Singapore, da ist es wärmer und enjoy the sun. Also, das hat funktioniert. Und das Tolle ist, ich habe jetzt einfach nur den Service-Mix hochgefahren, nicht extra den ActiveMQ als Message-Broker, weil den haben wir hier schon dabei. Also, es gibt hier auch den ActiveMQ-Namespace und da kann ich mir jetzt zum Beispiel die Browser-Statistik anzeigen lassen. Und sie, aha, es wurde insgesamt sieben Messages enqueued und insgesamt haben wir hier drei Nachrichten in der Message-Beach, in der Message-Queue-Beach und in der Message-Queue-Ski. Hier ist eine, hier sind zwei Nachrichten, genauso wie wir das gemacht haben. Ja, und ich kann jetzt hier noch mal einiges abfragen. Ich kann zig Befehle zu Camel, kann das genau steuern, kann Eingreifer, kann mir hier was anzeigen lassen, zum Beispiel mit Camel-Root-Info. Und jetzt mache ich einfach Tab-Tab und jetzt danach macht er mal automatisch Completion auf dieser Kommandozeile. Also, Kommandozeile muss nicht unbedingt unkomfortabel sein, es ist wahnsinnig schnell und effizient. Und ich kriege jetzt hier auch die Route angezeigt, die da sind. Und wenn ich das abschicke, ich mache das Ganze noch mal mit More, damit es auf den Bildschirm passt. Und da sehe ich, aha, das ist jetzt meine Beach-Or-Ski-Route. Und drei Exchanges sind Abklaufer. Und das sind hier die Statistiken, die minimale, die maximale Zeit, die es gedauert hat. Ja, auch noch mal einiges mehr. Ja, und hier unten kriegen wir noch mal eine XML-Repräsentation angezeigt, der Route, die wir ja mit der Java-DSL geschrieben haben. Ja, aber das ist noch lang nicht alles. Es geht noch mal wesentlich komfortabler. Und dazu haben wir hier, oder habe ich in den Service-Mix die Hot-IO-Konsole eingeklinkt. Das waren wieder nur zwei Aufrufe auf der Service-Mix-Konsole. Und dann kann ich hier Hot-IO-Aufrufen und kann mich einloggen. Und bin auf der Hot-IO-Konsole. Ich sehe den Active-MQ. Ich sehe, welche zwei Queues es gibt, Beach und Ski. Da haben wir schon ein paar Nachrichten drin vom letzten Mal. Und ich kann da mal reingucken. Beach kann Browse machen. Oder bei Ski. Ja, ich muss ein bisschen warten. Auch bei Beach müssten Nachrichten da sein. Ich muss ein bisschen Zeit lassen. Und hier sehe ich, was in dieser Nachricht drin steht. Ja, das ist aber noch nicht alles, was ich hier machen kann. Ich kann mir hier Statistiken anzeigen lassen. Dann kann man hier einen Chart erzeugen lassen. Ja, ich habe hier Diagramme, die wir das Ganze in der Hand nochmal visualisieren. Welche Queues, welche Nachrichten. Also hier zum Beispiel die Ski-Queue mit diesen zwei Nachrichten. Ja, und da kann ich ziemlich komfortabel dann halt mein Active-MQ-Monitor. Und ich habe hier auch nochmal Camel dabei. Ich sehe, ich habe hier einen Kontext mit dieser Beach-oski-Rude mit drei Completed Exchanges. Und kann man natürlich auch die Rude hier grafisch wieder anzeigen lassen. Und so wie wir das Ganze auch schon gesehen haben, soviel mal zum Service-Mix. Wir haben gesehen, dass das Service-Mix, wir haben gar nicht groß über die Entwicklung gesprochen. Wir haben dafür einfach Camel benutzt, genauso wie vorher. Wir können mit Camel, mit der XML-DSL arbeiten, mit der Java-DSL. Wir können die Routen als einen OSGI-Bundle bündeln. Über Maven oder über File Deployen haben zahlreiche Möglichkeiten einzugreifen, zu monitoren. Wir haben eine unheimlich effiziente und schnelle und leichtgewichtige Umgebung, auf der wir den Service-Mix laufen lassen können. Wir können dann eine große Anzahl von Routen deployen. Mehrere, je nachdem wie ich die schreibe, auch gleichzeitig mit mehreren verschiedenen Versionen. Wir werden hier ganz gut unterstützt, um einen 24-Stunden-Betrieb hinzukriegen. Also wir haben hier so eine richtige Profi-Runtime. Allerdings hat der Service-Mix auch eine gewisse Komplexität. Ganz klar und für viele ist die Komplexität viel zu hoch. Und man muss das selber sehen, wann man den Service-Mix so einsetzen möchte. Also für drei Routen, für fünf Routen, für zehn Routen ist es Overkill. Wer aber beispielsweise 100 Routen hat und die vielleicht auch mal einzeln hoch oder runter fahren möchte, für den könnte Service-Mix durchaus eine Option sein. Ich muss auch sagen, es wurde immer einfacher und leichter und immer konsistenter mit einer Service-Mix-Version zu installieren und das Ganze zu verwalten. Also da hat sich einiges gebessert. Aber wie gesagt, es ist doch einiges an Einarbeitungsaufwand notwendig. Aber zum Glück ist es einfach eine Deployment-Option. Also ihr könnt zum Beispiel einfach mit Camel loslegen, mit Camel und ActiveMQ. Und wenn ihr merkt, aha, ein übliches Deployment oder ein einfaches Deployment, das reicht nicht. Ich brauche da mehr, dann kann man zusätzlich den Service-Mix hinzunehmen. Oder man kann sich im Team da ein bisschen aufspalten. Die eine konzentrieren sich auf die Entwicklung und die anderen auf den Betrieb. Ganz klar, dann kriegt man das auch in den Griff. Ja, und wir werden viele Dinge, die wir heute gesehen haben, die werden wir wiedererkennen. Wenn wir dann Talent reingucken, ein bisschen weiter, dann seht ihr, da ist auch Charaf dabei. Und jetzt haben wir auch OSGI-Bundle. Und entsprechend dann halt auch, allerdings noch ein bisschen andere modifizierte Formen, auch beim JBoss-Views. Und das gucken wir uns aber in einer weiteren Folge an. Ja, soviel für heute. Wer Fragen hat, darf die gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!